Hey Leute, ich bin Max Oma-Über und heute bin ich wieder unterwegs zu Michael, Michi, wie auch immer und ich habe wieder kurz Gesangsunterricht. Dann gehen wir wieder zu Hause zum Glück, so wie eigentlich immer. Und dann gehen wir ins YouTube Space und ich muss mal gucken, ob ich da filmen darf, ich weiß nicht genau. Und es ist heute eigentlich voll schönes Wetter, also es scheint die Sonne. Und es ist relativ warm, aber ich habe jetzt so einen kalten, keine Ahnung was es ist. Und irgendwie ist es doch ein bisschen kalt. Aber ich melde mich später nochmal, wenn ich bei ihm bin oder so. Ich suche immer, wo er wohnt, ich weiß das aber nicht so genau. Egal, tschüss. Cheers. So Leute, wir sind jetzt wieder am Hans im Glück. Prost. Und nachher gehen wir wie gesagt ins YouTube Space und mal gucken, wir waren letztes Mal ja schon bei Hans im Glück. Der Blog ist noch nicht online, ich werde ihn jetzt wahrscheinlich morgen hochladen und das Video kommt dann ein paar Tage später. Und letztes Mal war die Bedienung nicht so cool. Mal gucken, wie sie heute wird. Letztes Mal kam mein Burger auch nämlich nicht, da musste ich stundenlang warten. Wir haben gerade eine super Gesangsstunde gemacht. Wir arbeiten hier haben gerade an der Cover-Version. Die kommt dann auch irgendwann demnächst nochmal raus, sobald wir dann Video und so zu gemacht haben. Aber das wird wohl noch ein paar Tage dauern, glaube ich. Ja. Aber das wird dafür mega cool. Und mein Handy ist immer noch kaputt. Wir sehen uns später wieder, im Auto wahrscheinlich, weil wir wieder mit dem Auto fahren. Tschüss. So, wir haben jetzt das Essen bekommen. Oh, das sieht wirklich sehr lecker aus. Bei mir hat schon jemand reingebissen. Wer das wohl war. Wer das wohl war. Ja, jetzt essen wir und dann melden wir uns wieder. Bis bald. So, der Max ist jetzt gerade mal auf dem Klo und ich hatte einen Salat und er hat Pommes. Und jetzt klaut ich ihm mal Pommes, ohne dass das weiß. Er wird es ja dann erfahren, wenn er dieses Video anguckt. Ohohoho. Angeber. Erkannt es nicht, deswegen war ich. Ja, ich habe es heute zum ersten Mal gemacht, aber so schlecht war ich jetzt auch nicht. Ihr habt es nicht gesehen. Ja, besser ist es. Danke, tschüss. So, nach alter Tradition nehmen wir jetzt natürlich ein Car2Go. Da vorne steht es schon. Auch wenn wir diesmal überleben. Letztes Mal war es schon ganz schön gefährlich. Der Max fährt natürlich wie ein Irrer. Natürlich. Doch. Meine Mama guckt die Videos und wenn du sowas sagst, dann denkt sie das wirklich. Nein, der fährt wirklich ganz ordentlich. Das habt ihr auch beim letzten Vlog gesehen. Ich habe ihm sozusagen seinen Führerschein, seinen Musical Michi Führerschein, hat er von mir bekommen. Mein Car2Go. Ja, genau. Yay. Oh, das ist sogar ein neues, ne? Ja. Krass. Let's go. Schöne Grüße an Mama Obermeier. Jetzt geht es los. Obermeier, Oberüber. Oberüber. Wie komme ich denn auf Obermeier? Eine gute Freundin von mir heißt Ober. Sag ich es nochmal. So. Mama Oberüber. Der Max hat alles im Griff. Ja, ich muss ja meine Brille suchen. Ohne Brille darf er nicht fahren. Darfst du ohne Brille nicht fahren? Ah, okay, krass. Dann ist es auch besser, dass du die aufsetzt. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Sofort seriös. Das geht schon rasant los. Nach 80 Metern biegen sie links ab Richtung Schöneberg. So. Dann bleiben wir auf der rechten Spur. Du machst ihn mir hier so. Oh, shit. So, jetzt sind wir hier. Oh, jetzt bin ich fast überfahren. Ton 5. Rechts. YouTube Space. Ich war noch nie hier. Voll spannend. Ich war jetzt schon ein paar Mal hier. Das ist mega cool eigentlich. Komm ich da lang? Das ist nur die Frage. Kommt der da lang? Kommt der da lang? Kommt der da lang? Alles gut. Guck mal, hier hätten wir auch machen können. Yay. So, let's go. Ja, schon ein paar Studios haben die da. Und so ein paar Seminarräume und so. So ein paar kleine Sachen auch. Ich sehe, ich weiß gar nicht. Achso, ich gucke immer nicht in die Kamera hier. Ganz cool. Wir machen mal. Okay, let's go. So. Ähm, wir hatten es ja vorher viel Fakaler. Müsst ihr mal gucken. Komm mit. Wie war das erste Mal in YouTube Space? Das ist mein Konferenzraum. Da habe ich immer meine ganzen Konferenzen. Weiter geht's. An meiner, ähm, Bahn-Dienstbums. An deiner Bahn-Dienstbums. Und hier ist? Set 1. Da drehen wir meine, ähm, Kinderzimmer-Videos. Kinderzimmer-Videos. Genau. Und jetzt kommt's zur Oma. Set 1. Hier drehen wir mit meiner Oma. Ja. Stimmt. Genau. Kass. Vor allem diese Hut-Lampe müsst ihr euch angucken. Na ja. Die haben Max gut geklaut. Ja. Die haben eine Lampe rausgemacht. Deswegen habe ich heute auch meinen Hut nicht auf. Der hängt da. Der hängt da. Genau. Das kann man dann hier noch bewerten und so weiter. Und wie fandst du es so bisher? Oder wo standst du denn? Ja, das ist auch dein Name. War gut. War gut. Da und nach oben. Nee, ich nutze jetzt Green Green. Green Green. Green Green. Green Green. Nicht so viel für mich. Deswegen vielleicht nächstes Mal eine andere Workshop. Aber es war nett. Auf jeden Fall sehr informativ. Wir haben ein bisschen alles im Wolln. Nicht nur alles. Und wir haben ein bisschen mit Kameraeinstellung und so. Wir wollen jetzt eine andere Kamera haben. Für 5.000 Euro. Genau. Und die kaufen wir uns jetzt. Dafür kaufen wir uns zwei. Am besten für jeden einen. Mega billig. Na ja. So. Willst du noch was sagen? Nein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Machst du irgendwas Besonderes? Machst du irgendwas Besonderes? Bis zum nächsten Mal. Tchao.